Wat mut, dat mut, das sagen wir hier in Norddeutschland auf gut Plattdeutsch gerne mal, wenn nämlich etwas sein muss. Was sein muss, muss sein, heißt das auf feinem Hochdeutsch. Und ja, diesmal stimmt der Spruch auch wirklich, denn es muss sein, leider. Ja, ich wiederhole mich nämlich, was ich sonst äußerst ungern tue, ne, mach ich auch schon mal ganz gerne, und zwar wiederhole ich schlicht und ergreifend das, was ich vor ziemlich genau einem Jahr zum Jahreswechsel und zum Protokoll gegeben habe. Aber ja, es hat sich nicht allzu viel geändert und ich habe mir das nochmal angehört. Und das kann mich heute wirklich fast Wort für Wort so stehen lassen. In diesem Jahr werde ich mit Sicherheit keinen Jahresrückblick versuchen. Das machen andere reichlich und machen es oft oder meistens auch besser als ich. Das ist nicht mein Ding. Aber ich mache mir natürlich so meine Gedanken. Wie ist das? Früher habe ich das auch gemacht. Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ja, vergesst es, vergesst es, vergesst es. Wie oft in meinen 73 bei 74 Jahren habe ich wohl zunächst einmal völlig frustrierend mir geschworen, ich nehme mir vor, dass ich nicht mehr rauchen werde. Oh, oh, oh. Das ging immer schief. Erst als ich vor, ich glaube, 13, 14, 15 Jahren einfach gesagt habe, mitten im Jahr, nö, es reicht mir, ich höre auf, ich höre auf. Da hat es dann geklappt, komischerweise. Was lerne ich daraus? Vielleicht du auch? Man muss es machen. Man muss es tun. Nicht sich vornehmen. Das ist so ein blöder Druck. Man lässt sich bekanntlich nicht gerne was vorschreiben. Auch nicht zu Silvester, auch nicht mit selbst gesetzten Zielen, guten Vorsätzen und so weiter. Also, gute Vorsätze sind gestrichen. Und was noch ist, jetzt doch wieder ein kleiner Blick zurück. Vor einem Jahr hätten wir alle, und ich natürlich auch, nicht ahnen können. Wir hätten wirklich auch nicht geglaubt, wenn uns jemand gesagt hätte, was da auf uns zukommt. Corona. Oh, oh, oh. Und da ging es aber los. Wann war das? Mitte Februar, sowas um den Dreh rum? Ja, ich will Ihnen was sagen. Ich bin damit gut zurechtgekommen. Ich komme immer noch gut damit zurecht. Es liegt vielleicht ein bisschen auch an meiner persönlichen Situation. Ich bin nun mal behindert, schwerbehindert durch meine Parkinson-Erkrankung. Und die hat zur Folge auch, dass ich, seit ich diagnostiziert bin, so gut zehn Jahre, elf Jahre jetzt, nicht mehr so viel Außenkontakte pflege. Aber einen winzigen, kleinen Kreis von ganz lieben, engen Verwandten, Enkelkinder natürlich vor allen Dingen, das wähle ich nach wie vor. Auch wenn es mir manchmal ein bisschen gesundheitlich schwerfällt. Aber das ist wichtig. Aber ansonsten habe ich festgestellt, und nicht zuletzt mit Hilfe sozusagen, von Corona und den Einschränkungen, die damit einhergingen, und brauche gar keine anderen Kontakte groß. Raus kann ich immer noch. Und das können wir alle. Ob behindert oder nicht behindert, gesund oder nicht so gesund. Meistens können wir noch raus, an die frische Luft. Aber bitte, 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 bitte nicht an Orte, wo sich mehr Leute treffen, als uns gut tut. Ich habe da keine Probleme. Wenn überhaupt ich in die Stadt gehe, dann an Tagen, wo eh nichts los ist, und dann halte ich mich auch an die Abstandsregeln. Und natürlich in der Stadt auch an die Maskenpflicht. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und ihr merkt schon, das ist mein großes Anliegen in diesem Jahr. Wir sollten die Einschränkungen als Chance sehen. Es ist eine Chance. Na ja, auf die Einsicht der vielen Sätze ich nicht mehr. Nachdem ich gesehen habe, was nach den ersten Schneeflocken in Skigebieten, auch hier ganz in der Nähe, im Harz, los war. Da hat es richtig gebrummt. Und das werden wir ablesen können, auch so in ein, zwei Wochen, an den neuesten Zahlen, was Corona-Erkrankungen und Sterben rund um Corona uns dann wieder mitgeteilt wird. Ich bin da nicht wirklich optimistisch. Liebe Leute, seid vernünftig. Lasst den Quatsch. Seht doch mal, was ihr in euren eigenen vier Wänden oder im ganz kleinen Kreis oder alleine oder auch im ganz kleinen Kreis draußen alles machen könnt. Es ist unglaublich viel. Macht das. Es ist eine große Chance. Ich finde Corona nicht toll, um Gottes Willen. Das muss man nicht missverstehen. Aber loswerden wir diese Infektionswelle, diese Pandemie. Nur, wenn wir uns an gewisse Regeln halten. Und das tun leider nicht alle. Deswegen mein einziger Wunsch für das neue Jahr. Leute, ich wünsche uns allen Gesundheit, so gut es geht. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Und vor allen Dingen wünsche ich uns allen eine ganze Portion mehr Vernunft. Leute, seid vernünftig. Ist doch Quatsch, was da teilweise gemacht wird. Und dann noch die Panikmache. Das haben wir nicht nötig. Wir wollen doch glücklich und zufrieden leben. Also, wirklich die Vernunft walten lassen. Das Gehirn einschalten. Erstmal denken, bevor man irgendwelchen Quatsch erzählt. Ihr, Justin Aken. Ich hab doch noch was. Ist nur ne Kleinigkeit. Ich will ihm ja zwar nicht den Lauterbach geben, aber in diesem Falle bin ich mit ihm absolut einer Meinung. Lasst euch endlich impfen. Wirklich. Also, ganz ernsthaft. Ich hab dreimal meinen Bix geholt, ehrlich gesagt. Und, mein Gischenskinners, das ist wirklich nichts Schlimmes. Und wir wissen auch mittlerweile, natürlich gibt es mögliche Nebenwirkungen, aber die sind, ich will nicht gerade sagen, total zu vernachlässigen, aber doch weit testgehend. Ihr gewinnt mehr, nämlich euer Leben, als ihr vielleicht mit einer leicht allergischen Reaktion vielleicht verliert. Impfen lassen. Los. Es ist nur ne Kleinigkeit. Macht's. Dreimal. Erstmal.